Alkoholfreie Bowle mit Himbeeren Eine alkoholfreie Bowle mit Himbeeren ist ein erfrischendes und fruchtiges Getränk, das sich perfekt für warme Sommertage oder festliche Anlässe eignet. Es ist einfach zu machen und benötigt nur wenige Zutaten. Hier ist ein Rezept für eine alkoholfreie Bowle mit Himbeeren, die etwa 10 Portionen ergibt. Zutaten 1 Liter Apfelsaft 1 Liter Mineralwasser mit Kohlensäure 500 Gramm frische oder gefrorene Himbeeren 2 Limetten Einige Minzblätter Zubereitung Die Limetten auspressen und den Saft in eine große Schüssel oder einen Krug heben. Die Himbeeren waschen und trockentupfen. Wenn sie gefroren sind, etwas antauen lassen. Die Hälfte der Himbeeren in die Schüssel oder den Krug geben und mit einem Löffel leicht zerdrücken. Den Apfelsaft dazugießen und alles gut vermischen. Die Schüssel oder den Krug abdecken und für mindestens zwei Stunden im Kühlschrank kaltstellen. Kurz vor dem Servieren das Mineralwasser hinzufügen und die Bowle umrühren. Die restlichen Himbeeren und die Minzblätter als Dekoration auf die Bowle verteilen. Die Bowle in Gläser füllen und genießen.